Nach einer intensiven Woche im Trainingslager in Tirol stand am heutigen Samstag die abschließende Einheit auf dem Platz des FC Rai Kaffolders für unsere Mannschaft an. Neben einer Spielform lag der Schwerpunkt dabei vor allem auch auf verschiedenen Varianten an Standardsituationen. Es war jetzt eine intensive Zeit, eine anstrengende Zeit, aber das ist normal, wir sind im Trainingslager. Ich glaube, die Spieler sind dann doch auch froh, dass es jetzt dem Ende zugeht, morgen nochmal das Spiel und dann geht es auch wieder nach Hause. Ich glaube, wir können sehr viel mitnehmen, haben aber trotzdem noch sehr viel Arbeit vor uns. Bevor es zurück nach Heidenheim geht, muss sich der FCH im zweiten Testspiel des diesjährigen Sommertrainingslagers nochmal beweisen. Dem 1 zu 0 Sieg gegen Dynamo Dresden am Mittwoch soll nämlich gegen den rumänischen Erstligisten CS Krajowa ein sportlich erfolgreicher Abschluss für die Zeit in Österreich folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. An Knowing. An das Spiel lässt mich crazy werden und maior. Vielen Dank.